Ein moderner Friseursalon im Glaspavillon mit Blick ins Grüne und das direkt in Marktindersdorf. Der Friseur am Markt von Barbara Zanker punktet auf ganzer Linie. Das traditionsreiche Haus wurde 2013 neu übernommen und das strahlt in frischem Glanz. Genießen Sie eine verdiente Auszeit im entspannten Ambiente des Salons. Vielleicht bei einer kleinen Erfrischung? Neben individuellen, typgerechten Schnitten und brillanten Farben ist das gut geschulte Team um Barbara Zanker auf Dauerwellen, Hochsteck- und Brautfrisuren spezialisiert. Dekorative Kosmetik sowie Wimpern- und Augenbraun-Service runden das Angebot perfekt ab. Das Wohl der Kundschaft steht hier an erster Stelle. Deshalb werden ausschließlich professionelle Pflegeprodukte der renommierten Marke Goldwell verwendet, die mit unverwechselbarem Wohlgeruch und bester Hautverträglichkeit brillieren. Friseur am Markt – Barbara Zanker und ihr Team freuen sich auf ihren Besuch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.